Sie werden hören, wie die Wahrheit umfällt, da keiner sie gestützt und immer nur geschmäht hat. Sehen werden sie sie nicht mehr können, denn sie werden blind sein. Und nicht einmal ihre Blindheit wird auf ihrem Mist gewachsen. Sie wird ihnen zugefügt worden sein. Diese Leute, die den König gesät, nein, geerntet, nein, gewählt haben, werden bald etwas über den Opferkult erfahren. Wenn auch nicht von mir. Oh, König, lass dich leiten, lass mich dich begleiten. König, lass dich leiten, lass mich dich begleiten. Wie soll man wissen, wo die Wahrheit ist, wenn man sie noch nie gesehen hat? Wie soll ich sie erkennen? Soll ich sie etwas suchen? Habe wirklich Besseres zu tun? . Vielen Dank.